Ja, irgendwie ist das lustig, oder? Hat ein bisschen was so von Michael Jackson Moonwalk Style, oder aber auch nicht. Jedenfalls kann man, das ist kein Feature, aber wir wissen es nicht so genau, kann man während dem Laufen aufmountain. Das wird wahrscheinlich nur noch ein Release lang so sein. Und ich dachte mir, hey, was wäre das für ein Spaß, jetzt ein bisschen 5 vs. 5. So, deshalb will ich das ausprobieren, hab's schon ausprobiert, aber auch aufnehmen. Wenn's denn dann startet, aber ich könnte das den ganzen Tag machen hier. Wuhu! Ist schon irgendwie lustig, es wäre auch genial, wenn's so ein Item oder einen Skill gäbe. Als Beispiel. Ähm, ja, eben für genau das, dass man im Laufen casten kann. Das ist doch einfach nur genial. So, sorry, kurz Mikrofon verschoben. Und dann den Buff einwerfen. Das hier, wuhu! Ich lass den Mantel jetzt ausgerüstet, sodass ich, ja, immer schnell aufmaunte. Und muss sagen, genau, darum wird's heute gehen. Da kann man nette Dinge anstellen, den Buff holen und so. Ich hab auch den Teleport geskillt für schnelleren Run-Speed. Ich weiß, wie denn so sagen. Oh, was? Das würde ich doch nie machen. Ist das nicht ein Spielfehler? Und dann aber zum Mord ist gehen, wenn er nur, keine Ahnung, 20.000 Lebenspunkte hat und den abfarmen des Todes. Genau, das sind sie, die Spieler. Warum läuft hier keiner? Ich will hier nicht bleiben. Ich will lustige Dinge mit dem, mit dem Mount machen. Egal, dann bleib ich mal ein bisschen hinten. Wenn sie's denn, wenn sie's denn wollen. So, und kann ja immer aufsatteln. Aufsatteln. Also, darauf vergesse ich. Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Ich kann so oft aufsatteln, wie ich möchte. Ich kann mich rüber teleportieren. Und danach sofort wieder. Buh, schade. Komm, was war da für eine Vase im Weg? Und warum sind hier fünf Ameisen gerade in der Mitte? Teleport und juchu. Das ist lustig. Das ist lustig. Vor allem, wie das aussieht. Das muss man aber mal können. Das kann nicht jeder. Diese Spannung halten und sich währenddessen noch fortbewegen. Dafür braucht es schon eine ganz gute Körperbeherrschung. So, aber schon langsam könnte da auch mal was passieren. Von mir aus. Das war der Valdi, hoffe ich. Ja, genau. Das war er. Da darf man den Wächter zaubern. So. Urutron. Was haben wir denn für Klassen überhaupt? Hey, ich hab dich Gedanken kontrolliert. Was soll denn das? Hat wohl irgendwie nicht so ganz geklappt. Jo, ich jetzt mit der Flagge. Bestimmt ist das eine gute Idee. Die Flagge zu nehmen. Oh, weg da. Die Heilung. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Die Heilung ist übrigens wieder gefixt worden. Die PvP-Heilung. Das macht ja eh jeder. Macht sowieso jeder. Von daher. Das ist was anderes. Ich bekomme ja dadurch keine erhöhten Drops. Oder irgendwie so. Solche Dinge. Oder kill einen Gegner mit einem Schlag. Der hat das Lortag-Set. Finde ich mal lustig. Im PvP sieht man. Oder habe ich das bisher noch nicht so oft gesehen. Leute, warum habe ich die Flagge? Ich bin richtig langsam. Aber habe mir das jetzt auch so nach vorne gezogen. Moment, wo ist der? Frosted. Frosted. Komm her. Komm ran. Komm ran. Und du nicht. Der andere Typ hier. Der Frosted. Wo ist er denn? Ach, Mann. Das ist mir gerade... Frosted. Du we... Ist das... Ich hoffe, das ist nicht euer... Ich bin hier ganz alleine, Mami. Warum kommt denn der Tank nicht her und nimmt sich... Egal. Aber darum geht es hier in dieser Runde nicht. Und jetzt kann man ihn schön umrüsten wieder. Oh, ich hatte den Umhang gar nicht an. Verdammt. Aber den will ich nicht umrüsten. Den will ich hier so behalten jetzt. Während dieser lustigen Skillung. Gut. Das wäre... Da hätte ich vielleicht überlebt noch mit dem Set-Bonus und so. Genau. Aber jetzt vielleicht mal irgendwo eine kleine Vernichtung abstauben. Oh, schade. Der wäre aber auch durch mich gestorben, wenn er es nicht schon gewesen wäre. Und zwar tot. Yellow Spark. Moment. Das war der Valdi. Wenn der jetzt hier so läuft, dann würde ich mal sagen, er kommt. Juhu. Hier kommt er. Und zwar nicht vorbei. Ey, du kommst du nicht rein. Ich habe hier mein Reiztier und kann im Laufen aufmountain. Das kann nur ein echter Mague. Na, was wollt ihr? What willst du tun? What willst du... Nein, verdammt. Getroffen werden darf ich nicht. Juhu. Wieso läuft denn keiner nach vorne, die Flagge zu holen? Egal. 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 Danke für den Flammen. Verdammt. Das war eine Millisekunde. Dann hätte ich noch einen Teleport gehabt. Das war unfair. Da ist er genau verschwunden, der Wächter. Als ich hingegangen bin. Der hat... Hast du kein Reittier? Wie kannst du es auf Level 50 ohne Mount geschafft haben? Was? Man braucht doch keinen speziellen Skill mehr für ein Reittier. Kann mir jemand erklären, wie man mit Level 50 in der Eroberung der Flagge als Drachenkrieger nicht am Mount spielt? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Egal. Muss man vielleicht nicht wissen. So, aber genug herumgespielt. Vielleicht jetzt auch mal versuchen, so die Flagge zu erobern. Wäre eine gute Idee. Komm. Komm. Lauf noch weiter. Ach. Lauf noch weiter. Also, was haben wir hier? Wir... Ach, wir haben doch Frosted. Genau, der hier. Erfahrene Ordenslegionär. Aber man braucht ja keinen Rang oder so dafür. Es gibt doch sogar ein langsames Mount für ein paar Goldstücke oder so. Warum holt sich das der nicht? Oder warum mountet der nicht auf? Es gibt ja sogar ein Hotkey dafür. Man muss nicht mal das Inventar öffnen. Und jetzt kann man sogar währenddessen hier während dem Laufen aufsatteln. Oh, und ich habe diesmal keinen Runspeed geskillt, weil alle gesagt haben, so... Ey, warum skillst du immer Runspeed? Du eroberst doch die Flagge nicht. Hm. Ja. Das ist gerade eine taktisch sehr gut zusammenarbeitende... Gut zusammenarbeitende Gruppe hier. In Team Blau. Sieht man definitiv. Aber... Ja. Kannste knicken. Der ist gestorben. Komm, gib sie mir. Jawohl. Ich versuche es trotzdem nochmal. Das Umrüsten dauert leider so lange. Das ist das Problem ein bisschen. Gut. Und ohne Stunimmunität ist es auch lustig, permanent gestunt zu werden. Ei, 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 ei. Yo. Schön. Schön, schön, schön. Ich hoffe, der macht jetzt irgendwas damit. Und läuft damit zurück. Das wäre ganz gut. Verdammt, wir hätten vorher schon die Flagge gehabt, wenn der Drachenkrieger zu mir hergelaufen wäre. Das war ihr Punkt. Hat man aber gar nicht gehört. Das war seltsam. Mann, ey. Warum bin ich der Flaggeneroberer? Wir haben einen Drachenkrieger. Wir haben zwei Valdis. Kommt schon, Leute. Sowas macht mich fertig. Sowas macht mich wahnsinnig. Merkt man gar nicht, oder? Nö. Merkt man gar nicht. Habe ich alles umgerüstet? Habe ich irgendwas vergessen? Komm, hilf mir jetzt. Bitte. Ja, jetzt vielleicht mal. Wenn der noch stirbt. Jetzt. Go, 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 go. Ist mir vollkommen egal. Ich schluck jetzt. Wenn man so ein Team hat, dann muss man Tränke trinken. Tut mir leid. Aber das geht nicht anders. Oh, ich sehe hier nichts Blaues. Help me. Leute, SOS, Hilfe. Das gibt's nicht. Jetzt hätte er, glaube ich, versucht, kurz aufzusatteln. Also er besitzt ein Reiztier. So ist es ja nicht. Aber anscheinend mag er es nicht. So, vielleicht hatten sie Streit oder so. Das kann natürlich auch sein. Beide Buffs sind da. Das ist auch lustig. So. Jetzt aber nochmal. Bitte halte durch. Wer auch immer die Flagge von uns gerade hat. Halte noch kurz. Durch. Was auch immer. Die Gegner spielen aber auch nicht gerade so, als ob sie gewinnen wollen würden. Der eine steht hier im Spawn. Macht gar nichts. So, jetzt. Das wird's mal. Ich bräuchte 25% mehr Run Speed. Dann. Yo. Schön, 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 schön. Moment, ich skille jetzt schnell um. Ach, das geht auch nicht. Weil es kein zweites Skillset gibt. Hm. Jetzt. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Jawohl. Oh Mann. Das war so eine echt schwere Geburt. So, wo man wirklich sagt. Puh, ich bin froh, dass das Kind jetzt draußen ist. Das war hammermäßig. Aber wir sind noch im Rennen. Wir sind noch back in the game. So, aber worum es in diesem Video gehen soll. Ist hier aber ganz was anderes. Nämlich das lustige Aufsatteln. Der hat gesessen. Und trotzdem kaum Heilung bekommen. Aber der Bug wurde gefixt. Also, man bekommt wieder Heilung. Auch wenn sie sehr gering ist. Ey, ich bin noch ausgewichen. So ein bisschen zumindest. Eins, zwei, drei, vier Items umrüsten. Das packe ich hier nicht. Das geht nicht. Was macht dieser Frosted? Nur weil du Legionär bist, du kannst auch mal kurz nach vor. Egal. Nochmal versuchen. Hier ist auch der Buff. Hol ihn dir. Hol. Den nicht. Den wollte ich haben. Mann, Mann, Mann. Die hören nicht auf mich. Aber jetzt ist keiner da. Jetzt laufe ich. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ohne stehen bleiben geschafft. Jetzt müssen die nur noch irgendwie so langsam der Reihe nach sterben. Ja, das war schön, dass der nicht mehr so viel... Komm, lauf da raus. Wenn ich einen Trank nehme, würde ich es schaffen. Aber dann bin ich ein Noob. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. In dieser Gruppe. Sorry, es geht nicht anders. Ich will hier... Oh, das wollte ich diesmal gar nicht. Weil der schläft ja fast ein beim Laufen. Nein, das war ein großer Fehler. Aber komm, das packst du. Das packst du. Ja, eine Flagge. Wie schön ist das. Und direkt wieder im Laufen aufsatteln. Trololololololololololololololo Ja, packen wir Ey, ich hab noch keine Autsch Ey, das tat weh, hörst du mal auf Aber ein Instant Respawn Der war Komm schon Was hast du gegen mich Was hast du gegen mich, ich hab dir nichts getan Nur weil ich im Aufsattel im Laufen, das hast du auch getan Shilling Bug User Wie kannst du sowas nur machen Ich meine Ich hab Korga auch abgefarmt Und mir damals 20 Unix geholt Aber wie kannst du das machen, du machst doch Videos Sowas darfst du nicht machen So Jetzt wäre es mal wieder so weit Ja, passt Und eventuell BAU Going down Going da Da, 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 da Blau, blau, blau Kommt zu mir Ich brauche Euch Ich könnte schon wieder schlucken Dann würde es gehen Egal Ich kann es nicht jedes Mal machen Das ist auch ein bisschen Magwe-like Magwe-Dragwe Flagwe Das kann man nicht bringen Doch, er hat einen Mount Ich hab's wieder gesehen Er hat einen Mount Und er verwendet es sogar Vielleicht bleibe ich einfach umgerüstet Oh Mann Aber der killt mich immer Die Glaskanone mit einer 700er Heilung Oh, der Frost hat auch 700er Heilung Aber das ist egal Ich hab wieder umgerüstet Das ist egal Um Stats oder so geht's da gar nicht Es geht nur allgemein Um die Taktik So Das ist mal Der bleibt stehen Lauf doch weiter Seine Maus ist kaputt Vielleicht Es gibt ja Mäuse so mit Batterie Vielleicht ist die Batterie leer gegangen Ich mein das vollkommen ernst Der stand doch gerade nur rum Obwohl jemand da war von Von Blau Aber sehr fein Yo Das hätte ich nicht gedacht Juhu Wir haben's noch geschafft Diese Runde für uns zu entscheiden Zu viert sogar Und die Gegner waren auch zu viert Was auch immer da passiert ist Jedenfalls Es Mir macht Spaß Keine Ahnung Vielleicht ist das das Kind in mir Aber ich finde das lustig Und Man kann auch relativ Angenehm damit farmen Wenn man nicht immer stehen bleiben muss Also Das wär mal ein nettes Feature Ist zwar glaube ich ein Fehler Aber wir wissen es ja natürlich nicht Vielleicht stand das einfach nicht in den Patch Notes Aber das könnte von mir aus so bleiben Das könnte von mir aus so bleiben Denn es gibt ja ganz ehrlich Es gibt andere Spiele Da kann man Mit einem Mausklick Instant aufsatteln Da gibt's keine Castleiste oder so Da läuft man Klickt einmal den Button Und ist am Mount oben Da würden mir jetzt Spontan sogar ein paar MMORPGs einfallen Wo das möglich ist Aber genau War nur ein kleines Fun Video Sorry dafür Dass ich mich auch aufgeregt habe Ein bisschen Aber hey Man kennt das ja Dann schluckt er selbst die Potions Der Schilling Danke bis zu sehen Und ich würde sagen Es geht einfach Beim nächsten Mal weiter Oh Spielezwein Oh 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 Vielen Dank.